Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Chemie, ich begrüße euch ganz herzlich zum Video die Reaktion zweiter Ordnung. Zunächst zu den Lernvoraussetzungen. Als erstes solltet ihr über die Reaktionsordnung, Konzentration und Reaktionsgeschwindigkeit schon etwas Bescheid wissen. Als zweites solltet ihr wissen, was eine Reaktion erster Ordnung ist und euch die entsprechenden Videos dazu angeschaut haben. Und drittens solltet ihr etwa die Leistungskurse der zwölften Klassen in Mathematik und Chemie belegen. Kommen wir nun zur Definition. Nehmen wir an, wir haben die Gleichung für die Geschwindigkeit der chemischen Reaktion V. Sie ergibt sich dann als minus K mal Ca hoch 1 mal Cb. N, die Reaktionsordnung, ergibt sich aus den einzelnen Exponenten 1 plus 1 gleich 2. Damit haben wir formal kinetisch gesehen Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com Don't come. Don't come.